Moin, in diesem Video machen wir einen leckeren Schnitzelauflauf im Römertopf. Dafür nehmen wir kurz angebratene Schnitzel, mischen die mit super viel Gemüse, packen die in eine Tomatensahnesauce und am Ende reiben wir noch richtig geil Parmesan drüber. Also ab in die Küche mit euch und nachmachen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.